Wir sind mittlerweile gut in Aachen angekommen, hatten eine easy Fahrt und Skittle ist jetzt gerade schon in seiner Box. Die zeige ich euch gleich natürlich auch noch. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum Gelände. Und erstmal zur Erklärung ist es so, dass das Chio dieses Jahr als Partnerland die USA hat. Und da wurde das Mustang Makeover angefragt, ob die nicht auch ein Teil der Show sein wollen von der Eröffnungsfeier. Genau, und dann das Mustang Makeover wiederum auf mich zu bekommen, ob ich mit Skittle nicht mitkommen will. Mega cool. Und wir werden in verschiedenen Gruppen quasi so starten. Und dann so ein bisschen die Entwicklung der Mustangs in Amerika berichten, also durch das Schaubild darüber berichten. Und wir gehören halt dann zur Gruppe Cowboys und haben da auch jetzt noch uns ein paar Sachen geliehen und so, dass wir dann auch ein cooles Outfit haben. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie das alles wird und freue mich echt mega, weil wie kommt man schon mal an die Gelegenheit im großen Stadion zu reiten auf dem Heiligen Rasen. Also richtig, richtig cool. Ich freue mich sehr. Das Wetter ist so ein bisschen bescheiden, es ist echt kalt. Wie ihr seht, ich habe hier meine Chiyo-Jacke passend zum Chiyo an. Genau, und ja, gleich werden wir erst noch ein bisschen hier ein bisschen was vorbereiten auf dem Abreiteplatz. Aber das zeige ich euch gleich an alles.